Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer RebornXHD. Willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch. Und zwar habe ich mir bei Amazon ein paar Sachen bestellt. Hier unter anderem die Verpackung. Und ja, ich habe mir bei Amazon ein paar Blu-rays hier bestellt. Ein bisschen mehr als ein paar, würde ich mal sagen. Und ja, da möchte ich euch einfach mal kurz zeigen, was ich mir da so geholt habe alles. Und ja, vielleicht kann ich auch schon bei dem einen oder anderen Film sagen, wie er ist, oder euch mal kurz etwas dazu sagen. Und dann fange ich jetzt auch mal direkt damit an. Ich habe das jetzt mal in zwei Kameras unterteilt. Und ich muss mal gucken, wie ich das machen werde, weil ich habe gerade festgestellt, bevor ich aufnehme, dass das eine Kameraformat kleiner ist als das andere. Nur das kann ich nicht ändern, beziehungsweise ich weiß einfach nicht, wie ich das ändern soll. Aber okay. Ich hoffe mal, das stellt jetzt kein Problem da. Und dann fange ich jetzt auch schon mal an. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich das am besten hinstelle. Ich tue das mal alles hier... Oh nein, das sieht man doch blöd. Ich tue das alles hier so stehen lassen. Und ich fange jetzt mal an mit dem ersten Film. Den habe ich mir nämlich bei Amazon gebraucht gekauft. Und das hier wäre einmal ein Männer-Trip. Ja, so sieht man es gut. Ich muss halt gucken wegen dem Licht, weil wir haben jetzt auch schon 23 Uhr. Ja, Männer-Trip ist das. Und der Film ist mit Jonah Hill. Und ich bin sehr persönlich... Also ich persönlich bin ein Fan von Jonah Hill. Ich liebe einfach die Filme wie The Interview, Superbad. Ich hoffe jetzt auch mal, dass Männer-Trip gut wird. Und generell auch die Seth Rogen-Filme und all sowas. Und da hoffe ich einfach mal, dass der Film hier gut wird. Ähm, hier bei Männer-Trip geht es darum, ähm, hier nochmal in die Kamera so, ähm, geht es so weit. Ich weiß darum, dass irgendein Musiklabel, ähm, pleite wird. Und die brauchen jetzt halt einen neuen Superstar. Oder einen neuen Star, der ihnen wieder ein bisschen Kohle einbringt. Und das ist halt hier, äh, Russell Brand, der als, äh, Superstar spielt. Und Jonah Hill muss ihn halt versuchen dann zu diesem Label zu bringen. Und das auf einer ganz lustigen Art und Weise. Und ja, ich hoffe mal, dass der Film auch so gut ist, wie er... Also, dass der Film auch gut ist. Hoffentlich, weil ich ja, wie schon gesagt, die, ähm, die Filme von Jonah Hill sehr mag. Und ja, zudem wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe. Aber ich habe den hier gebraucht geholt. Und, äh, deswegen ist er auch nicht eingeschweißt. Aber ich muss echt sagen, dass hier, ähm, gebraucht bei diesen Amazon Warehouse-Deals alles einfach top war. Bei der CD kein einziger Kratzer. Und, ähm, ja, das kann ich schon mal... bisher empfehlen. War allerdings die einzige, äh, Blu-ray, die ich gebraucht geholt habe. Weil die einfach dann nur die Hälfte gekostet hat. Und ich sehe gerade nur, ich hier an der Verpackung ist vielleicht, ist so ein kleiner Riss drin. Aber das ist nicht weiter... Stör... Also, das stört mich jetzt nicht weiter. Und, ähm... Ja, ich glaube, das dürfte so passen mit den, ähm, Blu-rays. So, äh, dann habe ich hier noch die Insel. Alles ist jetzt eingeschweißt, habe ich noch nicht aufgemacht. Ich dachte, es kommt fürs Video besser rüber. Und, ähm, das wäre dann einmal, ähm... Ich weiß nicht, also den Film an sich kenne ich jetzt nicht mit, äh, hier mit Scarlett Johansson und mit, ähm, Ewan McGregor oder wie man das ausspricht. Ich kenne den beim besten Willen leider nicht. Aber, ähm, hier auch von Michael Bay produziert. Und der Film soll, soweit ich weiß, auch ganz gut sein. Ähm, ich meine, es geht darum, dass mit, äh, es... Es geht bei dem Film, oder der Film handelt davon, dass mit Menschen Experimente gemacht werden, geklont oder irgendwie so, ähm, die Menschen werden halt geklont oder irgendwie sowas. Selber den Film kennen tue ich jetzt nicht, deswegen habe ich mir den auch geholt, weil der gut sein soll. Und deswegen dachte ich mir, ja, holst du dir, gönnst du dir. Und, ähm, ja, all diese Filme jetzt, also das sind elf Filme plus den einen, den ich mir noch dazu geholt habe, Männer, äh, Männer-Trip. Und, äh, die habe ich mir alle im Osterangebot halt geholt. Bis auf diesen einen gebrauchten Film. Und die haben mich zusammen 50 Euro gekostet, die Filme. Und, ja, also ich komme dann mal zum nächsten Film. Das wäre dann Der Mann, der niemals lebte mit Leonardo DiCaprio und Russell... Mit Leonardo DiCaprio und Russell Crowe. Ich hoffe mal, ich entschuldige mich schon mal für die Fehler, für die Versprecher, weil ich mache das jetzt gerade alles so in einem, in einem Take, One-Take. Und, ähm, ja, Der Mann, der niemals lebte, da geht es halt um einen Geheimagenten, der eine Mission hat. Und so wie der Titel schon sagt, der Mann, der niemals lebte, ähm, er ist halt so unauffällig dabei und, ähm, oder er ist halt, er muss unauffällig sein. Und, ähm, hier Russell Crowe ist dann, ich weiß nicht genau, müsste ich mal kurz hinten nochmal nachlesen, ähm, was da stand. Einen Moment, ähm, äh, der ist, ähm, ja, der ist halt für die Kameras da und sowas, der leitet den so ein bisschen, der macht ihm den Weg frei, sag ich jetzt einfach mal. Und auch die, 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 äh, die, ach, ey, ich, manchmal komme ich mit dem, mit dem Namen einfach nicht klar. Die, die Capio-Filme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier. Diese Filme von Leonardo DiCaprio, so. So bleibe ich jetzt dabei. Ähm, die mag ich auch sehr. Ich hab auch schon den einen oder anderen geguckt und ich hab hier auch noch Shutter Island und, äh, Inception, die ich von einem guten Freund bekommen hab. Der, also, dafür nochmal Dankeschön, ähm, hat mich sehr gefreut. Einen davon haben wir auch zusammen geguckt und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mehr Filme davon hab, ähm, weiß ich grad nicht genau. So, den mal zur Seite. Dann hab ich mir noch geholt mit Dancy Washington, auch ein super Schauspieler, ähm, Training Day. Okay, ja, ja, wird halt eingeschleust unter den, ähm, äh, er wird halt bei einer Drogenbande oder so eingeschleust, ich weiß es jetzt nicht genau. Und da muss er halt undercover arbeiten und kommt dann selber in dieses kriminelle Business rein und, ähm, der, ähm, der Unterschied dann zwischen dem Kriminellen und dem Guten, also halt, er ist der Cop, zwischen dem Guten, ne, ähm, da, wie soll ich sagen, ähm, mit der Zeit, mit der Zeit verliert er sich halt in diesem kriminellen Business und das, ähm, der Film soll auch ganz gut sein. Die Bewertungen auf Amazon alle waren auch alle ziemlich hoch angesetzt, von daraus erwarte ich auch ein bisschen was an die Filme und, ähm, ja, so. Dann kommen wir mal zum nächsten Film und das ist Conjuring, das ist ein Horrorfilm, ähm, den hab ich aber schon mal geguckt, aber da hab ich nicht allzu sehr drauf geachtet, weil ich den mit ein paar Freunden geguckt hab zusammen über gewisse Streaming-Plattformen und, ja, ich dachte mir, ich hol mir den nochmal, weil ich halt meinen, ähm, weil ich diese zehn Filme halt zusammenkriegen musste, damit ich dieses Angebot machen konnte und nur Conjuring hat, oder nur Conjuring hat mir halt selber auch gut gefallen und deswegen dachte ich mir, dann nehm ich nochmal mit, gucke ich mir nochmal in Ruhe an und achte auch mal auf die Details und so, auch noch hier vom Regisseur von Saw & Insidious und, ja, kann man nicht viel, kann man nicht viel mit falsch machen. Ihr merkt schon, ich hab hier einige Versprecher, ich entschuldige mich nochmal deswegen, aber naja. Und dann hab ich hier noch einen Film, der heißt Crazy Stupid Love und den hab ich einfach nur genommen, weil da einfach viele gute Schauspieler mitspielen. Hier Steve Carroll, äh, Kevin Bacon, Emma Stone, die ich ja selber sehr mag und, ähm, ja, es geht halt bei dem Film, soweit ich weiß, darum, ähm, dass da halt, äh, ein Mann öfter von seiner Frau betrogen wird oder so und, ähm, hier Ryan Gosling, kenn ich selber noch nicht, hab ich glaube ich auch noch nie einen Film gesehen, weiß ich nicht genau, ähm, das ist halt so der Frauenchecker, der legt halt jede nach der anderen flach und so und da will halt Steve Carroll, der, ähm, der treue Ehemann halt danach nicht mehr treu, will sich halt bei ihm Tipps abholen und, ähm, ja, das wird halt zu einer, äh, zu einem lustigen Film, soweit ich weiß, hat bei Amazon auch eine richtig starke Bewertung und deswegen dachte ich mir auch nochmal, dass ich mir den hole, weil, ja, ich meine, einmal so einen Film, ich weiß jetzt nicht, ob es mein Geschmack ist, werde ich dann noch sehen und ich musste halt was zusammenbekommen, schlecht wird da schon nicht sein, aber, naja, dann komme ich mal zu den nächsten Filmen und das sind drei Filme hier und zwar hab ich mir, jetzt, ihr dürft mich aber nicht dafür verachten, hab ich mir hier alle drei Batman Filme geholt, weil ich hab mir selber Batman noch nie allzu richtig angesehen, ich, man, ich meine, man kennt halt Batman, aber die Filme, die kenne ich nicht allzu sehr und deswegen dachte ich mir, die hole ich nochmal nach, hier einmal Batman Begins, ähm, was darin vorkommt, kann ich euch jetzt auch nicht allzu gut sagen, weil ich es beim besten Willen nicht mehr genau weiß, dann haben ich hier noch, ähm, The Dark Knight, nicht, dass ich hier den falschen hoch halte und dann noch Batman The Dark Knight Rises und das ist der neueste, Batman Begins ist halt der erste Teil von dieser Reihe und The Dark Knight der zweite, Dark Knight Rises halt hier der letzte und, ja, dachte ich mir, kaufst du dir, nicht schlecht, wirst du schon nix falsch mitmachen. Dann haben wir noch einen Film mit Leonardo DiCaprio und das ist, äh, das ist einfach, äh, nicht einfach, das ist Blood, äh, Blood Diamond und ja, ähm, da, das herrscht nach irgendeinem, ähm, nach irgendeinem Krieg, äh, nach irgendeinem Bürgerkrieg und dort wollen die, haben, dann, danach haben die halt noch zwei Missionen, hier, äh, Leonardo DiCaprio, ähm, Jennifer Corneli, äh, und, wie heißt der hier, Jimen Honzo oder so, ich weiß nicht genau, wie ich die Schauspieler aussprechen soll, weil ich kenne halt nur Leonardo DiCaprio und der ist, hat, äh, und der hat auch eine sehr, sehr gute Bewertung hier bei Amazon und deswegen dachte ich mir, dass ich mir den auch nochmal mitnehmen werde, ähm, und einfach, um den einfach mal zu gucken, weil er mich auch so interessiert hatte, auch bei den Sachen, die da hinten draufstehen, also ich meine, wer die sich jetzt mal durchlesen will, ich, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, der kann ja jetzt mal im Stop drücken, aber ansonsten werde ich euch auch nochmal alle Filme in die Beschreibung, ähm, tun, damit ihr auch, sofern ihr Interesse haben solltet an den Filmen, also ich, das ist jetzt kein Review, ich hab euch nur halt kurz darüber was gesagt, aber sofern euch einen Film von denen, die ich euch hier vorgestellt habe, anspricht, könnt ihr ja mal vorbeigucken und, ähm, eventuell, eventuell euch sogar selber einen mitnehmen und dann habe ich hier noch zu guter Letzt Project X, den ich auch schon geguckt habe, aber Project X, der war einfach so geil, diese Party, die da, ähm, die da am eskalieren ist und dann auch später, ähm, der Schluss davon, ich fand der Film war einfach nur super und den gucke ich mir gerne nochmal an, den gucke ich mir gerne auch noch ein zweites, drittes, viertes Mal an und, ja, ich sehe grad hier noch, ähm, bei meiner Kamera, das ist alles spiegelverkehrt, deswegen wird das mit dem Lesen da nix werden, ähm, mal gucken, vielleicht kriege ich das auch noch richtig hin, dass es richtig angezeigt wird und, ja, das waren dann schon die ganzen Blu-rays, oh, das sind ziemlich viele, wie schon gesagt, 11 Stück, die ich hier nochmal alle habe und, ähm, ja, hier so schön hinrichten, sieht man nochmal in der Kamera, ähm, das Video, kann ich euch jetzt schon sagen, wird sehr aufwendig werden, dadurch, dass ich halt die ganzen Kameraschnitz machen muss, von der einen Kamera zur anderen Kamera und, ähm, ja, ich hoffe einfach mal, euch hat das Video jetzt gefallen und vielleicht gerade durch diese Arbeit und durch diesen Aufwand beim Video, dass ihr mir dafür einen Kommentar da lässt, äh, einen Kommentar da lässt, ja, in dem er schreibt, was ich gut gemacht habe, was ich schlecht gemacht habe, was ich besser machen kann und so weiter und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, ähm, wo ich dann mal zeige, was ich mir bestellt habe oder was ich hier an sich noch im Regal stehen habe, weil ich hab hier noch auch, also ich hab hier noch mehr Blu-rays und, äh, Spiele und Serien und sowas stehen, dass ich euch die mal zeige, könnt ihr ja auch schreiben und, ähm, ja, halt, wie schon gesagt, über den Daumen würde ich mich sehr freuen und natürlich über einen Kommentar, über ein, äh, Abo, soll jetzt nicht zu blöd klingen und ja, das war's dann jetzt auch, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer RebornXHD, peace out.